Hallo, in dieser Immobilie ist eine junge Familie wirklich willkommen. Warum? Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Zwistal. Insgesamt haben wir hier sechs Zimmer, davon alleine fünf Schlaf- oder Kinderzimmer. Wir haben zwei Tageslichtbäder und einen gemütlichen Garten direkt hinter dem Haus. In diese Immobilie müssen Sie auch nicht viel Geld in eine aufwendige energetische Sanierung investieren, sondern dieses Haus wurde etwa um 2015 errichtet. Ich stehe hier im Wohn-Esszimmer des Hauses mit einem Parkettboden, Zutritt in die offene Küche und Zutritt in den Garten hinter dem Haus. Hier im Erdgeschoss finden wir auch bereits das erste Schlafzimmer mit Gartenzugang und Parkettboden und das erste Duschbad. Das heißt, in dieser Immobilie können Sie auch bis in das hohe Alter wohnen bleiben. In der Schlafebene des Hauses im Obergeschoss haben wir insgesamt vier Räume und ein Tageslichtbad. Das Elternschlafzimmer wurde mit einem Parkettboden ausgestattet und ist zum Garten hin ausgerichtet. Das zweite Tageslichtbad verfügt neben einer Bademanne auch über eine Dusche und einen hellen Fliesenbelag. Und die drei Kinderzimmer im Obergeschoss, die schauen Sie sich jetzt alleine haben. Wenn Sie und Ihre Familie diese interessante Immobilie besichtigen wollen, rufen Sie uns einfach an. Weitere Eckdaten habe ich Ihnen unten im Text zusammengestellt. Unsere neuen Immobilien finden Sie immer zuerst auf unserer Webseite bei immobilia1.de und auf unseren bekannten Social Media Kanälen. Abonnieren Sie uns auf Facebook und Instagram und YouTube. Denken Sie hier an die Erinnerungsglocke, denn dann werden Sie über alle neuen Verkaufsobjekte von uns informiert. Mein Name ist Martin Kausch von der Firma Schäfer Immobilien GmbH aus Rheinbach und wir sehen uns beim Notar. Bis dann!